Wie kann man das Immunsystem unterstützen? Allgemein muss man das Immunsystem unterstützen. Je besser das Immunsystem ist, umso weniger weit können sich die Borrelien im Körper verteilen und ihre Schäden verursachen. Natürlich muss man schauen, dass die normalen Organfunktionen unterstützt werden. Dazu eignet sich zum Beispiel Gladiator Plus sehr gut, weil es wasserlöslich ist, gut aufgenommen werden kann und dem Körper Unterstützung gibt, um mit solchen Dingen fertig zu werden und das Ganze in Schach zu halten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.